Gegen den Fürstenwalder Bürgermeister Matthias Rudolf soll ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden sein. Laut Medienberichten hat der Landrat von Oderspree Rolf Lindemann, dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Uwe Koch, davon informiert. Der Bürgermeister soll unter anderem die Arbeit einiger seiner Mitarbeiter und des Personalrates behindert haben. Er hat jetzt einen Monat Zeit, sich zu den Vorwürfen zu äußern.